Ausgangspunkt ist dieses Schild hier. Gehweg bzw. geh weg. Ich weiß nicht, ob der Trennstrich schon von Anfang an gefehlt hat oder ob er übermalt oder retuschiert wurde. Im Gesprochenen haben wir jedenfalls einen Unterschied. Gehweg wird auf der ersten Silbe betont, gehweg auf der letzten. Außerdem, und darum soll es in diesem Video gehen, unterscheidet sich die Länge, die Quantität des Vokals. Das Substantiv weg würde man so transkribieren, also mit dem langen, gespannten e. Das Adverb weg so, also mit dem kurzen e. Die Frage ist, wie kommt es dazu, dass wir hier zwei Wörter haben, die abgesehen von der Groß- und Kleinschreibung gleichgeschrieben werden, also homografisch sind, aber unterschiedlich ausgesprochen werden. Zunächst mal der Hinweis, dass es im Deutschen nun mal so ist, dass manche Einsilber lang, manche kurz gesprochen werden. Die Länge eines Vokals ist zum Teil in irgendeiner Weise markiert, etwa durch das IE, durch das Dehnungshaar und vergleichsweise selten durch Vokalverdoppelungen. Bei Tag, Lob oder eben Weg gibt es das aber nicht. Kurzgesprochen werden die Einsilber so gut wie immer, wenn mehr als ein Konsonant am Ende folgt, wie etwa bei Hund, Kalt oder Strumpf. Es gibt aber auch welche mit nur einem Konsonanten am Ende, die trotzdem kurzgesprochen werden, vor allem häufig auftauchende Funktionswörter wie mit oder von. Und das Adverb weg gehört eben auch dazu. Um zu erklären, wie es zu diesem Unterschied in der Vokalquantität kommt, müssen wir einen Blick in die Sprachgeschichte des Deutschen werfen. Denn im Mittelhochdeutschen war die Situation noch anders. Hier wurden beide Wörter noch kurz ausgesprochen, also weg. Substantiv und Adverb waren also homophon. Schließlich hängen beide Wörter ja etymologisch zusammen. Das Adverb kommt vom Mittelhochdeutschen entweg, ähnlich wie Englisch away. Jedenfalls wurden damals noch viele weitere Wörter kurz ausgesprochen, die wir heute lang kennen. Zum Beispiel tag, damals noch tack. Zum Neuhochdeutschen hin wurden die Vokale gedehnt, allerdings nur bei den Substantiven. Das Adverb weg blieb weiterhin und bis heute kurz. Warum also? Um das beantworten zu können, müssen wir uns ganz kurz angucken, wie die Lage bei den mehrsilbigen Wörtern aussieht. Die ist aber ziemlich übersichtlich. Die Stammmvokale in offenen, betonten Silben werden hier lang, die in geschlossenen Silben kurz ausgesprochen. Bei einem Wort wie Rede wissen wir also schon durch die Silbenstruktur, dass wir das E in Re lang aussprechen müssen. Das Kann in Kante ist eine geschlossene Silbe, weil hier noch ein Konsonant folgt. Deshalb wird der Vokal kurz ausgesprochen. Genauso auch bei Silbengelenken wie in Brille. Auch das war aber noch nicht immer so. Im frühen Mittelhochdeutschen wurde Rede noch kurz ausgesprochen, also Rede. Ausgehend vom Westmitteldeutschen hat im 12. oder 13. Jahrhundert ein Prozess begonnen, den man in der Sprachwissenschaft als Dehnung in offener Tonsilbe bezeichnet. Das fand bei sehr vielen Wörtern statt, so etwa bei Biene, Bote oder Tragen. Aber nicht bei allen. Wie die Beispiele Himmel und Sitte zeigen, bleibt die Dehnung häufig vor T oder den Endungen ER, EL und EN aus. Die Dehnung in offener Tonsilbe hatte zur Folge, dass manche Flexionsformen von Wörtern gedehnt wurden und andere nicht. Der Singular weg ist einsilbig, der Plural wegge zweisilbig. Deshalb wurde zunächst nur der Plural zur Wege gedehnt. Nun ist es aber doof, dass man in verschiedenen Flexionsformen eines Wortes einmal die kurze und einmal die lange Aussprache des Vokals hatte. Deshalb wurde auch weg zu Weg gedehnt, obwohl es ja keine offene, sondern eine geschlossene Silbe hat. Aber nun ist alles wieder schön einheitlich. Man spricht hier von analoger Dehnung. Hier beeinflusst also die Morphologie die Phonologie. Wir wollen dasselbe Wort nicht nur einheitlich geschrieben, sondern auch einheitlich gesprochen haben. Das geschah bei vielen flektierbaren Wörtern, zum Beispiel auch Tag oder Lob. Das Adverb weg ist aber wie alle Adverbien nicht flektierbar. Hier gibt es also gar keine zweisilbigen Formen, bei denen eine Dehnung hätte stattfinden können. So bleibt die Dehnung auch in einigen Funktionswörtern aus. Zuletzt noch der Hinweis, dass es in der Vokalquantität regionale Variationen gibt. Ein häufiges Beispiel ist Rad, das auch kurz als Rad gesprochen wird. Als Radfahrer sollten Sie aber natürlich nicht auf dem Gehweg fahren. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dies ist gerade man.